Germany's Next Topmodel. Davon träumt fast jedes Mädchen. In Regensburg fand am Montag ein Vorkasting statt. Grund genug, um sich unter den Teilnehmerinnen umzuhören. Warum möchtest du Germany's Next Topmodel werden? Ich meine, das ist halt mein Traum und vielleicht wegen meiner Größe. Warum habt ihr mitgemacht? Wir wollten einfach mal schauen, wie das Casting abläuft und ob wir Chancen hätten. Aber haben wir dann wohl nicht, deswegen steht man wieder hier. Es ist einfach ein großer Traum von mir. Wenn mir sowas Spaß macht, also ich habe schon viel Modelerfahrung jetzt, auch durch Misswahlen und Fotoshootings. Bist du weitergekommen? Das weiß ich noch nicht, also ich werde informiert, die schreiben mir oder rufen mich an und dann sagen sie es mir. Nein, ich bin leider nicht weiter. Ich habe schon gedacht, dass ich vielleicht eine Runde weiterkomme oder so, aber leider nicht. Die Konkurrenz war groß. Ich habe es mir ganz anders vorgestellt, es war eigentlich relativ kurz. Man musste nur einmal hin und zurück gehen und das war es dann auch schon. Bist du weiter? Nein, leider nicht. Was möchtest du Heidi unbedingt mal sagen? Gar nichts wahrscheinlich. Heidi, ich bin ein Fan von dir. Dass ich unbedingt weiterkommen will, dass ich unbedingt noch eine Chance haben will. Und auch Leute, die nicht so groß sind, trotzdem beweisen können, dass sie das Zeug drauf haben. Was würdest du tun, wenn dich ein Fotograf auf der Straße anspricht? Ja, auf ein Foto von mir macht, fragen. Ja, ich würde erstmal weiterschauen, was der meint und mich informieren über die Agentur. Und ja, wenn die mich wollen, dann würde ich schon da bleiben. Kommt drauf an, was er mich fragen würde. Ja, dann würde ich versuchen, mit ihm in Kontakt zu bleiben. Was er für ein Foto von mir machen möchte, welche Pose ich machen soll. Und würde mich dann dazu bereitstellen, ja. Nicht weitergehen. Weil man weiß ja nicht, ob das, keine Ahnung, legal ist oder illegal. Was der wirklich macht, so die Fotos. Ja. Würdest du einen sittenwidrigen Model-Vertrag unterschreiben? Nein. Nein, ich würde schon schauen, dass es eine seriöse Sache ist von einer bestimmten Agentur. Ich würde nicht einfach so irgendwas unterschreiben. Würdest du bei ProSieben unterschreiben? Ja, wenn es was mit Modeln zu tun hat. Wenn das für mich nicht okay ist, dann gehe ich halt wieder.